Es herrscht richtig Euphorie im Umfeld des 1. FC Nürnberg. Dieser Auswärtssieg in Berlin, der schmeckt allen. Der Lohnplatz 2 in der Tabelle. Jetzt soll nachgelegt werden im Heimspiel gegen Aue. Der Club Talk, wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Fabian Bredlow, dich kann man so ein bisschen mit als Gewinner der Saison bezeichnen. Am Anfang offener Kampf im Tor. Fühlst du dich als Nummer 1? Ja, schon. Solange ich meine Leistung bringe und so wie jetzt zu Null spiele, da habe ich nicht zu befürchten, dass ich das nächste Spiel nicht im Tor stehe. Wenn du mal den Saisonverlauf aus deiner Sicht beschreibst? Ja, holpriger Start, denke ich. Sodass ich nicht gespielt habe. Sonst habe ich viel Möglichkeiten gehabt, mich weiterzuentwickeln im Training und auch in den Testspielen. Dann habe ich zwei Spiele gemacht. Wieder auf die Bank danach zurück. Ich konnte weiter mehr arbeiten und jetzt die letzten Spiele gespielt. Und ich denke, dass die auch nicht so schlecht gelaufen sind. Wie ist so dein Verhältnis zu Thorsten Kirschbaum? Okay, momentan würde er wahrscheinlich nicht so arg schaden, weil er selbst immer ein bisschen verletzungsbedingt ausfällt. Aber davor? Ja, es war immer sehr kollegial. Also die ganze Zeit war jetzt eigentlich egal, wer gespielt hat. Wir haben uns ja immer Unterstützung geholfen. Das ist nicht selbstverständlich. Und Kirsche gibt mir auch hier und da mal ein paar Tipps. Ist klar, er hat mehr Erfahrung als ich. Und das finde ich auch sehr gut von ihm, dass er die Erfahrung damit mitteilt. Jetzt schauen wir mal auf die beiden Spiele in diesem Jahr. Zu Beginn das Unentschieden daheim war ein Spiel, wo ihr euch abwehrtechnisch schwerer getan habt als zuletzt auswärts. Ja, das stimmt. Also gegen Regensburg haben wir alle, glaube ich, nicht den besten Tag erwischt. Ich auch nicht. Und ich glaube auch, die Feldspieler waren wahrscheinlich alle nicht so zufrieden mit sich. Selbst wie wir jetzt am Freitag, als wir bei Union gespielt haben, da haben wir wirklich eine gute Leistung gezeigt. Haben ganz wenig zugelassen nach hinten. Haben sehr kompakt gestanden, sehr gut verteidigt. Und vor allem als Mannschaft zusammengehalten, das war auch sehr wichtig. Und ich denke mal, für einen Torwart ist immer das Geilste hinten die Null. Absolut. Und wie habt ihr euch da jetzt so eingespielt, dass er sagt, zumindest hinten das ist die Basis, weil vorne seid ihr ja auch immer für ein Tor gut. Ja, ich denke genau, dass wir vorne immer für ein Tor gut sind. Und es ist natürlich klar, dass wir jedes Spiel zu Null spielen wollen. So gehen wir in die Spiele rein. Wenn uns das gelingt und wir vorne einen reindrücken, dann gewinnen wir halt 1-0, ist auch gut. Wenn man sich das Auswärtsspiel anschaut, ihr habt verschiedene Formationen aufs Feld gebracht, was die Abwehrformation anbelangt, Dreierkette, Viererkette. Was ist dir persönlich lieber oder ist dir das völlig wurscht, wie die da vorne verteidigen? Das ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Also für mich ändert sich da nicht so viel. Und ich kann mit beiden Sachen komme ich gut klar und weiß, dass da gute Männer vor mir stehen. Musst du dein Spiel etwas verändern, wenn drei Mann vor dir verteidigen oder vier oder bleibt es letztendlich von den Abständen her gleich? Es bleibt fast gleich. Es kann durchaus sein, dass ich mal, wenn die Dreierkette ein bisschen höher schiebt, dass ich natürlich mich dann höher stellen muss. Aber grundsätzlich bleibt es das Gleiche. Wenn ihr so auf die Tabelle schaut, jetzt seid ihr Zweiter. Tja, es ist alles schön und gut, aber Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Es sind nur Momentaufnahmen. Wir haben jede Woche die Chance, wieder weiter uns zu präsentieren, da Punkte zu sammeln. Und ja, wir schauen von Spiel zu Spiel. Sind wir in der Hinrunde auch ganz gut mitgefahren und so sieht es auch weiterhin aus. Trotzdem seid ihr gefühlt für die Leute außenstehend der Gewinner des Spieltags mit Düsseldorf? Ja, auf jeden Fall sind wir Gewinner. Wir haben 1-2 Bayern Jungen gewonnen und freuen uns darüber. Jetzt geht es gegen Aue, das Hinspiel. Habt ihr da noch ein bisschen was aufzuholen, gut zu machen? Ja, ich denke schon. In Aue sind wir deutlich unterlegen gewesen. Wir haben das Spiel mit 3-0 verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, da haben wir einiges gut zu machen und das wollen wir natürlich am Freitag dann auch machen. Manchmal, wenn man sich so die Ergebnisse anschaut, hat man den Eindruck, gegen die Mannschaft ein Gefühl von der Tabelle weiter hinten stehend oder euch schwerer? Ja, es ist immer schwer, das so zu sagen. Also es ist klar, dass alle Spiele schwer sind. Und ich glaube, in vielen Spielen ist dann tatsächlich auch ein bisschen von der Tagesform abhängig, was man am Ende auf den Platz bringt. Und Fakt ist, dass wir am Freitag ein schweres Spiel vor der Brust haben, aber dass wir da bereit sind dafür. Aber es ist ein Heimspiel und ihr fühlt euch auswärts irgendwie wohler. Auch komisch. Ja, es ist ein Heimspiel. Wir wollen endlich mal zu Hause wieder drei Punkte einfahren. Wie nimmt ihr Aue momentan wahr? Schwierig in die Rückrunde gestartet? Ja, aber ich denke trotzdem, wie gesagt, dass das ein schwieriger Gegner ist. Man hat im Hinspiel gesehen, dass wir ernsthafte Probleme mit denen gehabt haben. Und ich denke auch, dass wir es am Freitag uns nicht einfach machen werden. Fangt ihr schon abschließend ein bisschen an das Träumen oder kann man das noch gar nicht? Um Gottes Willen nein. Wir sind jetzt voll mit dem Fokus auf Auge richtet und alles andere wird ausgeblendet.